TRIHARD PLUS 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 Thomas? Nein, das ist wieder nicht Thomas. Mann, Thomas hört das mal aus, sein Jetpack zu benutzen. Thomas? Nein, das ist wieder Badehawk. Übrigens, ich weiß nicht, wie der teammate da sterben konnte. Mainz. Wieder nicht Thomas, das gibt's doch nicht. Auch nicht Thomas. Ach, jetzt ist Thomas wahrscheinlich rausgegangen. Hat er auch keinen Bock mehr gehabt jetzt hier. Mann, es macht aber Bock. Nee, er ist noch drin, er ist sogar der Beste jetzt im Gegnerteam. Freut mich. Thomas? Immer Adehard, das gibt's doch nicht. Ich mein's ernst, wo ist Thomas? Hier unten ist, glaub ich, lebt er noch hier? Lol. Wer bist du? Bist du Thomas? Nein. Jetzt kommen die da oben zu dritt rein, Alter. Das wird eklig, Mann. Das ist wieder Skopulos. Jetzt hätt ich die DNA gehabt. Thomas? Hohoho. Thomas? Digga, ich... Guck, guck, seht ihr das, Leute? Der Typ steht am allermeisten, aber ich begegne ihm nie. Ist das Thomas? Ja, das ist doch Thomas, oder? Den hab ich nicht mehr gekriegt. Komm, also einmal müsste ich mir Thomas noch gönnen, Leute. Das kann einfach nicht wahr sein. Ja, da ist er ja. Mann. Ey, habt ihr gemerkt? Meine beiden Tode, also die beiden Tode, die auf Streak waren, sind aber quasi, weil ich killgeil auf Thomas gerade gewesen bin, mit mir beiden. Wie sieht es bei dir gerade aus? Bist du Thomas? Auf jeden Fall bist du über mich rüber geflogen. Und jetzt war wieder Adel. Hey, das kann nicht wahr sein. Wenn man mal drauf achtet, merkt man erst mal, wie oft man dieselben Leute killt, ne? Also das muss ja total krank und belastend für die sein. Nochmal Thomas hier, vielleicht in der Killcamp nochmal. Wieder Assist. Hey, warte, gib mir den letzten. Gib mir den. Komm runter. Nein, das ist meiner. War es meiner? Ich weiß es nicht. Ja, war meiner. Aber es war nicht Thomas, oder? Gucken wir uns mal seinen Endscore an. 5 zu 19, Digga. Wieso weiß ich das vorher? Ich check das nicht. Was ist das für eine Fähigkeit, Alter? Huch, da bin ich wieder drin bei Thomas. Gott sei Dank. Och, Leute, das wäre es ja jetzt auch gewesen, hätte ich die Logi nicht nochmal spielen dürfen. Dann bin ich dem Thomas auch immer ganz dreist nachgejoint. Oh ja. Ich spiele gegen Thomas. Sauber. Packen wir uns mal die A7-1 ein. Sonst packe ich immer... Wer ist denn das hier? Das war er eh nicht, oder? Ne, schade. Und mit der A7-1 habe ich ja Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ey, das ist auch einer der geilsten Dinge jetzt überhaupt, glaube ich. Wir haben eine Drohne, sehr gut. Komm mal her. Na. Ich dachte schon, ich habe Angst gehabt. Ey, wir machen so, wenn ich einmal durch Thomas sterbe, muss ich irgendwas machen. Dann muss ich tweeten, dass ich irgendwas lustiges tweeten, muss ich dann. Wo ist der andere Typ? Hier. Na, da bin ich nicht mehr. Och, ich dachte wieder Thomas, ey. Holy shit. Wie steht Thomas? 0-2. Klassischer Start von ihm. What the fuck? Mainz. Im Nahkampf ist die A7-1 halt so eine geile Waffe, ne? Wo ist der jetzt? Thomas? Bist du es? Ja, das war der Thomas. Das habe ich ja direkt gemerkt. Na, bitte. Kontinence hier. Thomas, wo bist du? Thomas. Thomas? Ne, war er nicht, aber vielleicht hier? Thomas? Man weiß es noch nicht. Also auf jeden Fall, Aim läuft mit der A7-1 gerade gut. Ich will jetzt auf jeden Fall noch die Dinge fresh machen. Schnell. Nein, das war es wieder completely. Assist. Komm, einen muss ich aber kriegen jetzt. Hä? Oh Gott. Wenn mich jetzt Thomas holt, dann höre ich auf mit YouTube. Was ist denn in der Lobby? Da findet man einfach keine Gegner, ey. Mann, hör doch auf. Das war Thomas. Das merkt man doch direkt an der 100er Prezi. Ah, Thomas ist glaube ich wieder hier gespawnt, oder? Warte, erstmal den. Das war er, ne? Ne, das war er das. Ne, auch nicht. Hier ist noch irgendwo einer. Da, das ist Thomas. Das sieht man in der Orientierungslosigkeit. What the fuck? Was war das? Wieso starten die da zusammen gechillt gerade? Guck mal hoch. Der ist weak. Ja. Was hat er gerade versucht? Okay, jetzt ist ein EMP raus. Drohne raus. Na gut, Leute. Vielleicht geht es ja doch noch in die DNA hier. Oh, das ist gefährlich. Muss ich mich sogar mal kurz hier zusammenreißen. Ist das jetzt easy wieder? Na, warte doch mal. Stopp. Na bitte, 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 bitte warten, ne? What the fuck ist das, man? Na, war das Thomas? Ne, geht mir lieber mit dieser Waffe hier. Mit diesem neuen modischen Kram kann ich nicht anfangen. Wie ein? Alter, nein, Digga. Das ist nicht sein Ernst. Boah, die Waffe ist ja richtig nice. Digga, was ist das hier gerade? Digga, wie lange das dauert, bis man die Waffe hier in der Hand hat. Man ist so wehrlos. Man muss nie nachladen. Okay, jetzt muss... Oh, den habe ich gut geraped, aber ich glaube, hier ist noch jemand, oder? Unnachgiebig. Na, ich muss jetzt fast jeden Kill machen, okay. Was war das hier, Thomas zufällig? Der hat auch die Waffe. Leute, ich glaube es nicht. Ich finde nur noch diese Dreckswaffe. Bei wenigstens mit einem besseren Visier. Und das heißt schon was, wenn ich das bei diesem Visier hier sage. Nein. Oh, es wäre jetzt nur noch... Hätte nur gefehlt, dass das jetzt Thomas wäre. Ist da noch drin, der 1,17. Wenn von da weggekämpft wird, wenn man keine Muni hat, dann war es das sowieso komplett. Oh, Active Camo am Start. Jetzt auf einmal läuft es dann wieder, ne? Typisch. Ich will Thomas mal auf den Kopf stampfen. Wo ist denn der? Hier, vielleicht der? War er das aber? Ne, wäre es auch nicht gewesen. Hi Leute, ich komme jetzt gerade nicht mehr bei Thomas rein. Aber ich hoffe, das Video euch gut gefallen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich jetzt ein bisschen Bock drauf hatte, den Thomas mal ein bisschen abzuschacken. Ich fand es einfach irgendwie lustig. Ja Leute, wenn es euch gut gefallen hat, lasst ein Like, dann würde ich mich drüber freuen. Checkt auf jeden Fall die letzten Videos gerne ab. Bald kommt BO4 hoffentlich weitere Infos und so. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.